moin moin zusammen und willkommen zurück bei sticks master of shadows wir wollen mal ein bisschen aufräumen umschützen ritter was für ein müll soll das denn wo kommen die dann auf einmal her mit den kronenlöchtern kann ich auch relativ wenig anfangen licht aus sport an aber nicht mehr viel sand den würde ich jetzt ungern verschwenden nummer eins habe ich schon mal erwischt werden auch nicht so wie eigentlich geplant aber das ist ja egal tot ist tot weg mit dir ich muss ehrlich gestehen den habe ich gerade gar nicht gesehen ich wusste er läuft zwar rum aber ich wusste nicht dass er jetzt schon rumläuft was denn mit unseren holdenrittern da drüben machen wir es einfach ne ich stehe hier drüben und hat auf den noch ein und du sagst du ist weg ok soll mich nicht stören ganz im gegenteil ich finde es sehr erfreulich dann kann ich nämlich den da drüben auch in ruhe abledern das war jetzt alles nicht so geplant eigentlich wollte ich den schön um die hecke meucheln aber es sollte nicht sein also machen wir es radikal auf die altbewährte art und weise das klappt wenigstens habe ich eine münze gesehen ich habe eine münze gesehen mhm quicksafe oder ja das wäre auch geradezu schön gewesen es hätte ja klappen können nein hätte eben nicht aber okay ich habe nicht so früh mit dem wieder gerechnet gebe ich ja offen und ehrlich zu so und nicht anders viel zu viel licht hier da ist keiner wo ist denn der eine hin einer ist da ja doch immer noch rumgelaufen der rote ich höre schritte nie gut nie gut solange die tür noch zu ist ist noch alles im lot und auch mit offener tür geht das erstaunlich gut eigentlich das tickt sich ganz gerne hinter der tür versteckt ich wüsste aber ganz gerne ja geht eine runde ja komm dreh dich mal um läufig aber den verstecke ich mal weiter oben für den fall der fälle dass hier irgendeiner mal vorbei geht ich warte jetzt einmal ab bis der sich wieder umdreht ich mag es nicht beobachtet zu werden deswegen muss der weg ob er es nun will oder nicht was haben wir denn hier sieht mir aus wie ein schlafsaal ob wir da nicht von den ein oder anderen irgendwas finden außer zwei wachen höchst uneerotisch das gefällt mir jetzt gar nicht der gefällt mir noch weniger vor allem wo kam der jetzt her das wird mich viel mehr interessieren das ist nämlich der eben noch gesuchte der rote der da oben rum galoppiert ist aber wenn er von oben gekommen ist hätte er ja eigentlich die beiden leichen sehen müssen oder so theoretisch mal ein quick save die kriegen es nicht mit unglaublich endlich klappt der schatten mal genauso wie er klappen soll ist doch wunderbar so mal gucken mich macht sie ja immer neugierig wenn da soldaten stehen so sollte das nicht laufen das war dafür dass du dich nicht dahin gestellt hast wo du stehen solltest dann kommt die rache des sticks halt anders wer will mich denn hier bitte sehen der hannister kriegt doch gar nichts mit wo 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 das war ein bisschen haarscharf war das nicht so dass der sich ab und zu mal umdreht aber nicht jetzt ha geht es läuft es läuft ich habe einen richtig guten lauf gerade und bevor hier jemand auf dumme ideen kommt naja die tür ist zu die geht dann auch nicht nein stopp halt wenn die tür noch abgeschlossen ist geht die auch so nicht auf das ist ja das schöne daran mal gucken was dahinter ist ich höre nämlich schritte okay sieht gut aus kann man drüber reden schauen wir doch mal hier sieht es aber relativ leer aus außer hier auch momentan bin ja begeistert hier hier Kollege du stehst zwischen mir und meinen ich höre schritte und ich wüsste ganz gerne wo sie herkommen okay hier bin ich wunderbar dann machen wir das wo sich sticks am wohl zu fühlt hoch hinaus können wir wenigstens mal gucken was da unten so abgeht nicht wow das war ja jetzt gar nicht schön den würde ich ganz gerne tot sehen ich weiß ganz genau das wird nichts weil der mich jetzt da drüben sieht da habe ich doch pariert äh hallo wo geht es hier denn längs wo geht es hier denn längs ach ne ernsthaft naja das kann nur besser werden und zwar genau jetzt und einmal speichern nehm ich den jetzt schon ja ne sicher ist sicher ja ich sehe euch komm ich da jetzt durch ähm oder gibt es hier wieder irgendwo einen Geheimgang den ich jetzt gerade nicht sehe würde mich ja nicht wundern ne könnte allerdings wenn ich mich da jetzt gerade nicht verguckt habe wenn ich mich da jetzt gerade nicht verguckt habe yes das sieht gut aus ja das ist weniger aber passabel ich habe ja auch kein Wurfmesser mehr sondern ja ich schmeiß mit Sand ab ja mich wie geht es dir so alles klar oh da ist ein Wurfmesser perfekt der kommt erstmal außer Sicht ja außer Sicht ist gut ich komme hier jetzt auch nicht so hoch oder oder ne ne oh 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 wieder so ein Hampelmann da drüben guck guck göck guck 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 Und da steh dich. Ich hatte doch noch Leben, Menno. Okay, ja. War jetzt nicht unbedingt die beste Lösung, aber wir haben einen Ansatz fürs nächste Mal. Äh, mal gucken, wie wir das Ganze denn so weit hinkriegen. Ich bin gespannt. Ich weiß es selber noch nicht. Aber, das machen wir beim nächsten Mal. Also, bis dahin. Gehabt euch wohl und auf Wiedergesehen.